Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to 3 am 12. Tag um 5 Uhr 28. So, wir machen weiter. Die Hunde Horde der letzten Folge haben wir ja komplett besiegt. Und wir können hier mal weiter bei unserem Gravel ein bisschen weiter buddeln. Weil ich glaube, da müsste ja dann wohl irgendwie... Bisher war das immer so, dass denn Rohstoffe sind. Guck mal da, das sieht doch schon ziemlich weiß aus, oder? Ich weiß gar nicht, wie die Texturen jetzt aussehen von diesen Rohstoffen. Ah, das... Könnte schon was sein, oder? Wir machen hier einfach mal. Das ist aber Stone, oder? Aber ich weiß auch nicht, wie das jetzt aussieht. In der Alpha 15. Ich meine, ich hatte da ja schon meine Baukarte, klar. Mein Spiel, was ich ja öfters mal so erwähne. Aber... Das ist Stone. Ich will auch nicht so... Naja... Ja, ich weiß nicht. Nicht, dass mir die Decke auf den Kopf knallt, aber das müsste eigentlich passen alles, ne? Kloppen wir jetzt hier einfach mal. Das ist ganz einfach Stone. Stone, nicht Stone, Stone. Nichts Eisen. Vielleicht einfach noch ein bisschen tiefer, ne? Wir heben jetzt hier einfach mal so ein Loch aus. Und dann können wir ja einfach mal... Gucken. Es wäre schon schön, wenn wir Eisen finden. Schon allein für die Feralhorde... Brösch war schon ein bisschen Eisen. So ein bisschen. Nicht viel. Ich meine, klar. Auf der einen Seite hat der Free Spirit schon recht. Im Nadelbiom. Man findet Eisen. Wenn ich hier nämlich ein Stone weggekloppt habe, kriege ich ja ein bisschen Eisen. Also im Grunde genommen hat er schon recht. Aber ich hoffe auch allgemein hat er recht. Vielleicht ist das hier tatsächlich so. Das war nämlich damals in der frühen Alpha-Version auch so der Fall, dass man unter einer Stadt oder unter Häusern so generell absolut keine Rohstoffe gefunden hat. Und ich sag mal, wir sind ja quasi an der Stadt, in der Stadt. Wenn ich das jetzt mal so diese Fläche hier als Stadt bezeichnen darf. So rund sind die ja immer. Kann man ja irgendwo vielleicht mal zeigen. Haben wir hier nicht irgendwo ein Haus. Hier, siehst du. So rund. Und wahrscheinlich wird man da auch kein Eisen oder sowas finden. Und genau so wird es hier bei der Stadt sein. So rund ist hier. Hätten wir vielleicht da machen müssen. Na gut, egal. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Man lernt ja nie aus. Wir werden es rausfinden. Ich habe auch noch nirgends irgendwie gesehen, dass unter dem Haus Rohstoffe waren. Oder unter einer Stadt. Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Comics reinschreiben. Ob sie das geändert haben. Ich weiß es nämlich nicht. Damals war es nämlich immer so. Ist mir mal so eingefallen. So nachdem das Haus da oben fast fertig ist und so. Fällt mir das mal so ein. Aber wir sehen, dass das eventuell Käse sein könnte. Ja, gut, wir trinken was. Du hast ja recht. Bevor du uns hier noch verreckst. Ein bisschen rumbuddelnden Steinmesser. Das mache ich doch mit links. Ich finde ja zum Beispiel, wenn sie jetzt hier in der Alpha 16 Strom reinbringen, dass sie im Grunde genommen eine Stemmmaschine reinbringen müssten. Als diesen Bohrer, ja. Dass der Bohrer halt nur für Erde, Lehm und ja, im Grunde genommen alles Weiche funktioniert. Und hier so für Stein, da musst du eben so ein Presto-Fammer irgendwie bauen. Damit das denn schneller geht. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen realistisch. Als mit dem Bohrer, weil mit dem Bohrer und einer Schnecke vorne dran, denn im Stein zu bohren, puh, das ist... Das ist eigentlich nicht wirklich realistisch. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Habt ihr da gehört? Oh, jetzt die fetteste Eisenader. Das wäre doch super, oder? Richtig schön. Na, guck mal. Geht weiter. Gut, da freue ich mich jetzt. Das ist gut. Das ist schön. Aber ich finde gerade, es gibt ziemlich wenig Fragmente daraus, ja. Ich will ja nicht rumnörgeln. Aber ich hätte jetzt echt... Ich finde das jetzt ein bisschen... Wenig. Da kloppe ich ja ein paar Steine kaputt. Normale Stones, da kriege ich ja genauso viel. Hmm. Na gut, machen wir einfach erst mal den Spaden, wollte ich. Weil hier ist wieder Gravel. Boah, guck mal, was halt was. Hier war aber was. juridisch leute die eifer rdg die verabschiedende rolle für den 14 tag macht mir keine sorgen dass die gutes das sieht sehr 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 gut aus Hier ist ja überall der Eisen, ne? Also, Free Spirit, danke für den Tipp. Ich glaube, das ist echt gut, was du gesagt hast. Guckt euch das mal an. Das ist alles mein Eisen. Alles meins. Das teile ich mit euch nicht. Ja, sehr gut, also. Da haben wir aber jetzt was ordentliches gefunden. Das hört ja gar nicht mehr auf. Im Grunde genommen, so wie Free Spirit es gesagt hat, danke für den Tipp, echt. Aber auch gut, dass ich deine Videos gucke, war. Warte mal, das hat jetzt nur wieder diese Textur. Ne, da ist aber nichts Eisen mäßig. Schade. Das ist wieder nur so ein kleiner Texturbuck. So kommt mir das gerade vor. Ist das hier Potenzial? Potenzial? Na, wo kommt denn der Bug her? Das her war das immer so, dass man denn trotz alledem irgendwo Eisen hatte. Aber ich glaube, jetzt haben wir, ich kann gar nicht sagen, wie viel Eisen wir jetzt wirklich brauchen für unsere Base. Aber wir machen hier einfach mal richtig ordentlich alles, alles, was wir kriegen können. Da habe ich ja gar keine Angst mehr. Überlegt mal, wie viel Eisenwerkzeuge wir jetzt bauen können. Warte mal, wenn wir das jetzt scrubben, wie viel? Oh, 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 guckt euch schon. Okay, das ist eine ordentliche Ausnummer. Da haben wir nie wieder Probleme mit Eisenwerkzeuge oder sonst irgendwas. Da bin ich jetzt echt noch am überlegen, ob wir diese ganzen, ähm, Couple Stone Frames wieder weg machen und erstmal die Holz, äh, Sachen aufwerten auf Eisen. Denn mit so einem Pfund habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Oh, das geht da unten noch weiter. Junge, junge, junge. Also gut, ich kann euch schon mal sagen, ihr braucht es nicht mehr in die Kommentare schreiben, falls ihr es doch getan habt. Und, äh, ja, unter einer Stadt findet man auf jeden Fall Eisen, Rohstoffe. Oh, guckt euch das mal. Das ist doch echt ein Bild, oder? Leute, hier will man doch gar nicht mehr raus, oder? Guck mal, ist das Kohle? Nein. Hier will man doch gar nicht mehr raus, sag mal. Das ist ja hier ein Paradies. Ein Paradies, was wir gerade zerstören. Ja. Zerstören wir gerade. Mutwillig. Aber das ist gut, oder? Das. Guck mal, wir haben jetzt. Wahnsinn. Leute. Was wir damit alles bauen können? Wir können ja jetzt Eisenhäuser bauen, nö. Können ja alles bauen jetzt. Gut, jetzt fehlt uns nur noch Kohle. Blei. Und das weiße Zeug. Ich weiß nicht, damals hieß es Potassium. Jetzt heißt es ja irgendwie anders. Merkt mir immer die Namen nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Vor allem, wenn man dann später noch richtig gutes Werkzeug kommt. Ich meine, wir haben schon ein gutes Werkzeug, ne? Grünes Werkzeug ist schon gut. Aber damit baust du ja dann doch noch ein bisschen mehr ab. Warte mal. Wir können auch skillen. Na, aber natürlich kommen wir skillen. Machen wir hier einfach mal noch ein bisschen Qualität. Und. Hm. Wollen wir mal auf. Hm. Ja komm, machen wir mal. Hm. Das kostet der nächste auch 30. Okay. Und. Das muss. Ja gut, das ist ja kein Problem. Haben wir. Wenn jetzt nämlich das Werkzeug kaputt ist, dann können wir uns gleich noch eine etwas bessere Qualität denn bauen. Kann man die Feralhorde auch hier in der Höhle machen? Ich finde das so genial gerade. Ich will hier gar nicht raus, Leute. Ich glaube, wir haben genug. Wieviel haben wir? Ja, schon fast 1000. Ups. Ups. Guck mal, jetzt ist hier auch Eisen. Ne, das ist ein Grafikbock. Ah, Vogelbezwitscher, schön. Gut, lasst uns mal hier oben eine Fortschirm bauen, so wie wir das schon mal so ein bisschen ansatzweise besprochen hatten. Hm. Wir machen das hier oben ja eh noch als Etage, habe ich gedacht. Und, ja, machen wir hier hin. Hier kommt so, ja, das ist gut. Und so, warte mal, denn brauchen wir auf jeden Fall mal 500 Clay und wir nehmen, ähm, zack, zack, zack. Machen wir so. Kohle wäre echt nicht schlecht. Warte mal, das kriegen wir auch anders hin. Ja. Ja. So. So, und das ist genial, oder? Also, ich bin stolz hier drauf, Leute. Das war echt ein guter Tipp. Auf sowas wäre ich nie gekommen. Nie im Leben. Ähm. Gut, mag ja natürlich auch sein, dass wir woanders genauso viel rausbekommen hätten. Aber. Ähm. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich so, wie Free Spirit schon das sagt. Der Junge, der hat immer recht. So, dann. Ähm. Rocks. Brauchen wir noch ein paar. Machen wir uns einfach für die Reparaturen. Ähm. Guck mal, hier können wir jetzt Steel bauen. Okay. Na gut, warten wir einfach. Lassen wir einfach jetzt hier mal ein bisschen brennen. Das ist ja gut so. Gehen wir zur Base. Na. Also, die Mine, die hat sich gelohnt. Das hat sich gerechnet, Leute. Das ist eine schöne Mine. Sollten wir vielleicht auch mal eine Tafel ran machen für Mine. Ja. Ähm. Machen wir neun. Ne, wie waren das? Zehn. Acht. Wie war denn der? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm. Ach, Nägel braucht man jetzt dafür. Hat man die vorher schon gebraucht? Echt? Ist mir nie aufgefallen, dass man Nägel dafür braucht. Können wir das Ambush schon bauen? Ne. Können wir noch nicht. Na gut, gehen wir jetzt erst mal nach Hause. Und haben wir hier noch irgendwie was drin, was wir brauchen? Nein, so nicht. Den Spaten, den können wir auch hier lassen. Genauso wie das Werkzeug. Das ist... E-Käse. Das lassen wir jetzt hier. Und... Jetzt regnet's. Na toll. Gut, ihr Lieben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat's dir gefallen. Mir hat's auf jeden Fall sehr, echt sehr, sehr, sehr gefallen. Ähm. War echt schön, oder? So viele Rohstoffe auf einmal, das find's nicht überall. Okay, ihr Lieben. Dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn's euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.